Und ich sage Hallo und ein ganz ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Lego Harry Potter. Wir spielen die Jahre 5 bis 7. Wir sind hier gerade in Hogwarts ein bisschen unterwegs und ich denke wir wollen eigentlich, also Harry soll uns wieder Unterricht geben, vermute ich, ich weiß es nicht. Wir sind noch so ein bisschen auf dem Weg und erkunden hier noch so das ein oder andere. Und mussten jetzt hier noch diese Schalen an der Decke, also diese, ja genau, davon fehlten uns noch zwei jetzt. Also das ist jetzt die letzte, die wollte ich gerne gemacht haben. Ach guck mal an, hier, wen haben wir denn? Wer ist das denn? Okay, Cormac McLagan, okay, da oben ist noch eine Spinne, guck mal, die können wir auch noch machen. Sehr, sehr gut. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal hin. Mal gucken, was uns erwartet. Ah, Experto Patronum. Wähl Experto Patronum aus. Machen wir. So, und dann müssen wir da X drücken, alles klar. Drück X, um auf die Attrappen zu zielen. Ja, cool. Okay, da ist noch einer. Zack, jawoll. Wow, 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 wow. Oh, was ist hier los? Kann ich das hier? Ja, das machen wir mal. Komm her. Was ist das dann? Okay, da fehlt noch irgendwie, da fehlt noch was, oder? Was man da ran machen kann irgendwie, glaube ich. Ach Gott, der macht mit seinem Patronus jetzt alles. Den hat er jetzt für sich neu entdeckt. Ne, den kann man einfach so drehen. Hier, guck mal. Was ist das? Ah, oh, oh, oh. Cool. Yay. Oh, ah, jeder darf mal. Das muss jeder üben. Und das ist, ach, das ist ja cool. Okay. Ja, ich wähle das aus. Hier. Luna. Hat es auch geschafft. Ach ja, da sieht man es an der Tafel ja auch. Ah, das ist ja, das ist ja nett gemacht. Das gefällt mir ja schon wieder, ne? Also, solche Details finde ich einfach immer wieder so entzückend, dass da einfach so dran gedacht wird, dass jeder hier ja was lernen soll. Und, ähm, ja, sehr cool einfach. So, was ist das denn jetzt hier noch? Okay. Oh. A Genie ist... Ach so, pass auf. Genie. Jawoll. Ha, ha. Okay. Ähm, Hermine Granger ist an der Reihe. Okay. Ja, Hermine kann das doch. Die hat damit doch überhaupt gar keine Probleme hier. Pass auf. So. Hermine, Hermine macht das hier. Pass auf. Okay. So. Ach so. 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 Oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen. So. Da ist jetzt bestimmt einer drin. Pass auf. Nee, doch nicht. Okay. Irgendwas zum Zusammenbauen. Was wird's denn? Ähm, Ron, du bist im Weg. Es ist ja schön, dass du dich freust, dass du deine Taschenlampe hast. Aber du bist ein bisschen im Weg. Schön. Ah, das ist... Ist das ein Blasebalg? Ja, okay. Sieht so aus. Okay. Ein großer Blasebalg. Ach so. Äh. Ach, den muss ich aufpumpen. Ach, wie cool. Ah, das ist doch der Richtige hier. Okay. Ach, ich wollte doch hier... Ja, das ist natürlich hier. Nein, du sollst doch... Hermine! Da, den hier. Jawohl. Jawohl. Hermine hat's auch geschafft. Sehr cool. Okay. So, jetzt machen wir hier noch... Ach, guck mal. Da haben wir jetzt so ein Röhrensystem. Da müssten wir dann mal gucken. Ähm. Dass wir da... Aber da möchte ich lieber... Kann ich da nicht gleich Ron nehmen? Ich möchte Pick nehmen, bitte. Um durch das Röhrensystem zu flattern. Ja, Ron fehlt doch sowieso nur noch als einziger, ne? Ja, sieht so aus. Okay. Ähm, zack. Okay. Ron Weasley ist dran. Ja, Ron, der rennt immer noch mit seiner leuchtenden Taschenlampe und freut sich seines Lebens. Das ist doch auch... Man muss sich ja auch mal an den kleinen Dingen freuen können, ne? So, komm her, hier. Ähm. Ach so, der kommt hier noch gar nicht durch hier. Mach doch mal jemand auf die Tür. Ja. Hä? Ja, wie... Hm. Ja, wie geht's denn auf, die Röhre, ha? Die muss ja irgendwie aufgehen. Also irgendwie geht das ja... Ach, da. Da, ich seh schon. Okay, da geht's auf. Alles klar. Ach so, nee, da muss ich den Ball, oder was? Ah, ah, jetzt geht's. Ah, okay. Alles klar, jetzt kann's losgehen hier. Frisch und... Na, frisch und munter. Mann, ich will das einfach nicht. Da muss man hier immer ein bisschen... So, jetzt aber. Okay. Okay. Tit-dili, tit-dili. Okay, hier runter. Oh, sehr gut. Und zack. Yay. Wir gucken noch mal die coole Fliegerbrille. Tit-dili, tit-dili. Ähm, ja. Und dann darf Ronda aufmachen. Sehr, sehr gut. So. Rinder. Und... Ja, und das da einmal umdrehen. Zack. Alles klar. Ach so, ja, hier. Ja, das war... Ja, knapp, dann nehme ich es auch vorbei, Ron, ne? So. Yay. Ja, jetzt haben sie den Patronus freigeschaltet. Cool. Cool, cool. Das ist doch sehr gut. Und einen goldenen Stein gibt's auch noch dazu. Sehr schön. Oh, ein Kaninchen. Ach süß. Guck mal. Ach, wie schön das ist. Oh, oh. Oh, nein. Haben sie sie schon erwischt? Das ging ja schneller wie gedacht, Mensch. Ach, Draco. Ja. Aha. Tja, sack das ja weg. Ja. Das ging ja schnell mit dem Erwischen, Mensch. Das ist ja echt blöd. Das ist... Ja. Die... Kann ich der jetzt hier irgendeinen Zauber um die Ohren hauen? Nee, immer noch nicht. Schade eigentlich, ne? Hättest du aber verdient gehabt. Wo müssen wir denn lang jetzt? Wo sollen wir denn hin? Ach, da unten lang. Okay. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Das ist doch so... Eine doofe Kuh ist das doch. Raus hier. Zackig. Mann, Mann, Mann. Ich sag es euch. Okay, da oben lang. Unfassbar, unfassbar. Ja, wir sind schon hier. So. Okay. Zack, zack. Oh, ja. Dann geht es wohl ab zu Hagrid jetzt, ne? Ich glaube, das war der Weg. Hier waren wir ja schon gründlich. So. Ja. Ach, Mensch. Tjum. Das ist so schön, ne? Also mit der Brücke. Die finde ich so hübscher wie im letzten Part tatsächlich. So. Was die Glühwürmchen hier wo sind, ne? Da kann man bestimmt irgendwas damit machen. Ach, guck mal. Können wir hier jetzt durch? Nee. Können wir auch noch nicht durch, ne? Nee. Schade, hätte ja sein können. Okay. Mach mal, das Blümchen hier kaputt. Und das Blümchen hier kaputt. Das sind jetzt Frustblümchen. Die müssen jetzt dran glauben. Dann geht es jetzt auf zu Hagrid. Zack. Hallo? Ja, wir sind ja hier. Okay. Okay. Okay, und da sind wir dann im verbotenen Wald und, ähm, was sollen wir denn jetzt hier tun? Was ist denn hier passiert? Was ist denn los hier, Hagrid, ha? Guck mal. Das sollen wir aufmachen. Das muss Hagrid ja machen dann. Wir sind nicht in einem Level. Obela. Okay. Aber wir wedeln jetzt hier mal mit den Pflanzen rum. Wir sammeln hier trotzdem die Münzen ein, natürlich. Die Geräusche sind cool hier, ne? Im verbotenen Wald, finde ich, ähm, total schniegwee. Muss ich ja sagen. Okay. Ähm, die Blumen. Können wir die kaputt machen? Nee, aber da oben ist noch irgendwas, was wir kaputt machen können. Okay. Zack, zack. Und zapp, zapp. Na, komm schon. So. Und hier. Und. Ja, einwandfrei. So. Ja, da buddeln wir gleich aus. Guck mal, da sind wieder ganz viele Spinnen. So. Ähm. Ja, dann, ähm, lass uns mal raus hier. Dein Kätzchen. Grab, Kätzchen, Grab. Was ist es denn? Ach, das ist das, eine Gießkanne. Wie cool. Okay. Die Münzen mal noch einsammeln hier, die Stats. Und dann, ähm, gucken wir mal. Was können wir mit der Gießkanne machen? Ach, da, wo... Aha. Okay, da können wir... Aha. Ist ja irre. Okay. Das ist mal Alkan, wa? Das geht mal an. So. Die können wir wieder kaputt machen, oder was? Ja. Okay. Aber sonst... Können wir das zum Hoch springen? Nee. Ähm... Hagrid. 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 Okay. Na. Stand doch... Gerade stand doch B da. Jetzt. Jawohl. Okay. Ron darf ran hier. So. Zack. So, was haben wir denn jetzt hier? Was haben wir denn da jetzt rausgeholt? Das sind ja... Ah, das ist was, was zusammengebaut werden will. Dann bauen wir mal. Zack, zack. Was wird das denn? Ah, da kann man dann so hoch... Ähm, wird man bestimmt so hochgeschleudert. Jawohl. Ah, cool. Ich will die blaue Münze. Hahaha. Ähm, ich möchte gerne die blaue Münze. Hallo? Komme ich da nicht ran irgendwie? Ah, ich hab halt das jetzt. Ich wollte gerade sagen. Ich hab halt echt Probleme mit dem räumlichen Seen. Das ist ein Handicap von mir. Da müsst ihr dann leider durch. So. Hahaha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hahaha. Ah ja, ich erinnere mich. Hahahaha. Hahaha. 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 Ja, alles klar Ja, machen wir doch gerne. Wir sind doch gar nicht so... Jetzt müssen wir nur meine Musikinstrumente auch finden, ey. Oh, hey, Grit, ey. Was du aber auch immer machst für Sachen. Mensch. Eine Trompete, Willa. Da ist sie doch, die Trompete. Guck mal, hier. Ja! Ohohoho! Das hat dich aber gelohnt. Was macht er denn da jetzt? Okay. Jetzt will er ein Creature-Entchen. Alles klar. Ja, lass mich hier erst umgucken. Ich such dir dann ein Creature-Entchen dann schon. So ist es nun nicht. Die muss es doch hier. Die müssen doch irgendwie kaputt gehen hier, oder? Also die Pflanzendinger, da meine ich. Nicht den Harry. Okay, wir laufen aber mal weiter. Wir gucken mal, hier sind noch die Pilze. Und ich würde sagen, wir schauen uns hier im nächsten Part natürlich weiter um. Und werden gucken, dass wir hier Quietsche-Entchen-Alarm finden. Und Quietsche-Entchen finden. Wir müssen ja unser Herminchen retten. Das nützt ja nichts. Sie kann ja da nicht in den Händen des Treubibis bleiben. Was Hagrid sich da... Im Wald hell, ne? Ich danke jetzt wie immer sehr, sehr fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei, wenn es wieder heißt. Lego Harry Potter. Die Jahre 5 bis 7. 5 bis U, nicht? Und ja, sag mal, bis zum nächsten Mal, wa? Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!